Ja? Spark, Ruhe! Ja? Naja, ist grad nirgends wo drin. Mann, Spark, Dicke! Was wolltest du? Ich hab's gleich, Spark. Hugo muss beim irgendwas beichten oder so. Mütig, Mütig, Spark, das ist nix für Spark. Okay, da Mütig. Ich hoffe, ich hätte dich gemütet. Während des Interviews, ein Boner hatte. Oh, Max! Dass er während des Interviews mit mir und Chef Strobeln Harten hatte. Alles gut. Entschuldigung angenommen, wir abgefangen. Oh, das kann passieren. Du bist die Jahre alt. Ist alles gut, Mann. Alles normal.